So, bevor es mit dem Video losgeht, will ich noch auf alle Fälle was ansprechen, was ich im Video persönlich verpennt habe. Und zwar war ich damals auf der Beta-Seite. Also es gibt zwei Webseiten. Es gibt eine Landingpage von ApexFlife und es gibt eine normale Webseite, also eine Beta-Page für ApexFlife, wo man halt eben das ganze Funktionale machen kann, wie Account, Registration, Download und so weiter. Ich habe die Landingpage nie gesehen und deswegen habe ich auch die Features angespielt, nicht direkt erwähnen können. Ich habe nicht gewusst, was genau existiert, weil ich eben nicht wusste, wo die Features aufgelistet sind. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen aber ein bisschen darauf ein. Und genau, wir sehen auf alle Fälle von welchen Admins das hier stammt. DemonFlife, MonsterFlife, AetherFlife, Heroes of Roica oder so, AceFlife und das UnityFlife-Projekt. Ich denke mal, alles sind eigentlich recht bekannte Server bzw. Projekte und definitiv namhafte Leute. Okay, diese ganze Server basiert wirklich auf unglaublich heftigen Maps und visuell absoluten Meisterleistung. Ich meine, wir scrollen ein bisschen durch. Da sehen wir jetzt auch gleich dann die Features selbst und so. Hier sehen wir auf alle Fälle mal die Maps. Apex Episodes, das ist quasi so ein Season-System, was wir dann gleich in Game sehen werden. Das habe ich gefunden. Und genau, man kann dann quasi, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ganze so richtig verstehe, aber ich glaube, man kann jeden Tag einfach dann eine Belohnung abholen und muss diesen Season-Pass dann einfach leveln oder so, glaube ich. So habe ich zumindest das Ganze verstanden. Crafting-System. Selbst erklärend. Mining-System. Das ist das V3, V2, V4. Mining-System aus Flive, was man von ganz, 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 ganz früher noch kennt oder eben auch nicht mehr kennt. Das hat er zum Beispiel auch NoFlife. Und so ein paar andere Server hatten das auf alle Fälle immer noch. Quality of Life Features. Resizable Window ist klar. Hat, glaube ich, fast jeder. Better and easier Scrolling, Highlighting, Chattext und so weiter. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so viel von diesen Quality Features, äh, ausprobiert, in-game. Ähm, ja, wird sich mal zeigen, was das Ganze wirklich drauf hat. Und man sieht auch hier schon wirklich dann, äh, visuell und so weiter, das hat alles echt richtig, richtig schön gemacht. Rift-System. Ich muss sagen, konnte ich jetzt natürlich leider noch nicht sehen. Ähm, ich denke mal, mit Level 16 kann man es auch nicht so direkt, äh, ja, erkunden, weil es eben 1X Playwrights sind. Und deswegen ist es gerade momentan alles ultra schwer zu erkunden. Aber gut, ähm, ich weiß nicht genau. Normalerweise erscheinen Rifts ja random. Allerdings sind, äh, ja, äh, dynamische Maps. In Fly, für meine Meinung nach, oder meines Wissens nach, nicht möglich. Deswegen weiß ich nicht genau, ob das Rift zum Spieler kommt oder das Spiel zum Rift. Muss man mal sehen. Advanced Quests, ähm, Quests. Ja. Äh, ich weiß nicht genau, wie umfangreich das Ganze ist. Auf alle Fälle verspricht Apex Live, dass es eben hier einen, ja, es gibt eine Story, es gibt eine Storyline. Und, ähm, das Ganze auch in Verbindung mit, also angeblich ziemlich krassen, ja, äh, muss ich mal sagen, äh, ich überlege gerade, wie ich das am besten ausdrücken soll. Äh, also eine Storyline generell visuell und, ähm, äh, von, von Gameplay her halt ziemlich cool unterlegt ist. Wie genau das Ganze ausschaut, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht testen können, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, wenn wir das Ganze weiterspielen, dann werde ich auf alle Fälle auch, äh, das Ausprobieren zeigen und so weiter. Und dann konnten wir wirklich auch das Rift-System und die Advanced Quests mit Sicherheit. Genau, ähm, genau. Das sind auf alle Fälle immer so die, die Features momentan. Wie gesagt, ihr seht, das ist noch in den Beta. Ähm, visuell ist es Bombe. Muss längst dazu sagen, äh, wie ich auch schon im späteren Teil des Videos angesprochen habe, ist hier halt trotzdem noch nicht so viel von wirklichen Features, von spielbarem Content halt eben zu sehen. Klar, visuell, okay. Aber halt spielbarer Content muss ich mir noch zeigen. Ich habe natürlich noch gesehen, dass es einige neue Maps gibt, neue Dungeons gibt. Ähm, allerdings sehe ich momentan auch jetzt noch erst, äh, Wilds in-Game. Und vielleicht sind wir noch, ich weiß nicht genau, an welchem, an welchem Punkt der Beta ist wir momentan stehen. Anfang, Mitte, Ende. Deswegen kann ich nicht abschätzen, ist es schon, ist es noch, ist es krass zu wenig, ist es erst Anfang, kann ich nicht, kann ich abschätzen. Deswegen, ähm, will ich mir jetzt auch noch keine Meinung bilden. So, es geht weiter miteinander angespielt. Und zwar sind wir auf Apex Life. Ähm, es ist ein Server, der mich persönlich vom Intro her, äh, vom Intro, vom, ähm, wie nennt man es denn, vom Trailer her, äh, wirklich umgekauen hat. Also visuell ist dieser Server, visuell der beste Server, den ich bisher jemals gesehen habe, mit Abstand, wirklich mit riesigem Abstand von den Maps, von Animationen oder von den SFX oder von, von, von allem. Ich meine, selbst Eclipse, Corona-Flife waren krass, aber was ich hier gesehen habe, holy moly. Also, ich habe mir nicht gedacht, dass man Flife wirklich sowas machen kann und dass Flife so geil ausschauen kann. Ich meine, viele Sachen, die schauen ja wirklich so HD aus, das ist schon, das ist mehr HD, als ich, äh, von Flife erwartet habe. Also mehr HD, vor allem, was alle anderen Server irgendwie bieten. Ähm, dass sowas halt noch mit einer einigermaßen guten Performance läuft, ist halt irgendwie krass. Okay, ähm, wir starten mit irgendeinem Charakter, mit einem, warum ist der eigentlich nackt? Okay, ähm, Psykeeper, was ist denn cool? Ähm, warte mal, wir machen einen Blade? Fragezeichen? Yes, der Ringmaster, Bill Poster. Ich meine, Blade. Hearthstyle, okay. Man, Female, ist klar, Face. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Okay, ich würde sagen, let's go. Ich war übrigens noch nicht drin, ich habe keine Ahnung, wie so alles ausschaut, ich bin selbst gespannt. Also entweder ist alles ganz normal oder wir sind einfach irgendwo in irgendeiner Traumwelle oder so, keine Ahnung. Ich bin, ich bin gespannt. Ich habe nichts wollen lassen. Ich sehe übrigens hier gerade das Fenster oben, ähm, das ist das normale Fenster, also so ein Custom Fenster. Oha. Leck mich am Arsch. Was ist denn hier los? Holy Moly. Okay. Okay, okay. Ich denke mir, ihr wisst, was ich gerade mit HD meine, so vermutlich. Ähm. Okay. Also ich muss sagen, ähm, ich vermute, dass diese, diesen, diesen Brush-Effekt, das haben wir auf alle Texturen irgendwie, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich das so cool finde, weil das Problem ist halt, in der Ferne, also übrigens ist es halt super, es ist Mac and auf super hohem Niveau, aber mir fällt es gleich einfach nur so auf, dieser Brush-Effekt irgendwie so, die man in Photoshop oder sonst wo nutzen kann. Das Problem an diesem Effekt ist einfach, dass alles in der Ferne so, so ineinander irgendwie verläuft, verschwimmt irgendwie so, man sieht quasi nur noch diesen, diesen Brush-Effekt, wenn man jetzt einfach so drüber schaut. Wenn man natürlich genau hinschaut, so klar, sieht man hier alles ganz so und schaut mega geil aus, nur weil es verläuft irgendwie so, das ist immer so ein bisschen mein, äh, okay, äh, cool. Wir haben Buffs. Okay, Alter, ich bin, ich bin heftig überfordert. Okay, wir haben eine Minimap. Wir haben allerdings sonst nix, irgendwie ein Chat-Fönster. Schön groß, wie gesagt, ich glaube, ich werde einfach alt, aber ich muss mittlerweile sagen, ähm, also, irgendwie auch immer mehr Server-Admins größere Schrift-Admins. Ich glaube, wir werden einfach alle alt und auch die Server-Admins werden alt und kommen so auf die Idee und denken sich so, ja, größere Schrift, langsam. Okay, also, ähm, Systeme. Gibt es hier irgendein Systeme-Fönster? Ich sehe im Moment gar nix. Skill? Ne. Ähm, Buffping, was kannst du? Okay, jeder kann buffen. Ähm. Okay, wir haben das Ganze ein bisschen überarbeitet scheinbar. Magic, Death, Heap, Cannonball. Okay, schon mal nach, alles ein bisschen verbuggt zum Teil, aber das ist okay, ist das die Beta? Also, muss man ganz ehrlich zusagen, ist das die Beta? Ich will es nochmal erwähnen, das ist eine Closed Beta, könnt ihr euch noch nicht registrieren, könnt ihr noch nicht spielen. Äh, ist sozusagen jetzt quasi so ein, ja, einfach mal ein Einblick. Die Buffs sind auch Level 1, das erinnert mich jetzt gerade irgendwie ziemlich stark an Krona oder, äh, Eclipse, wenn man das Ganze noch leveln kann, bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, die sind schon Maximum, Level 1 ist Maximum. Okay. Äh, T. Das sieht anders aus, Inventar. Wooden-Axt. Ah ja, war ein Bladen, okay. Dann wird es scheinbar automatisch schon mal gewafft, habe ich irgendwas vom Lesen. Ne Beginners-Box. Hä, war es Pillen und Stark-Handy? Okay, habe ich noch nie gesehen. Leil, habe ich noch gesehen, dieses Blau wieder. Äh, Beginner-Box 2, Beginner-Box 3, okay, das ist wahrscheinlich eher, was man dann haben will. Äh, dieses, warum flammt das da und so auf? What the fuck? Äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich hier, ähm, wo ich hier anfangen soll. Äh, ich habe so viel gesehen, ich habe so viel gehört, äh, ich bin, ich bin geflasht. Also, wo starten? Wir starten vielleicht einfach mal bei NPCs, keine Sorge, wir werden in diesem Fall auch leveln. Und wir halten jetzt das auf unter 7 Minuten, hier in Flaris. Ne Blank Scroll, Preis 2k, 42k, okay, die Preise sind nicht ausgeschrieben, sind mit K abgekürzt. Interessant, die Preise noch ziemlich niedrig, wahrscheinlich wegen der Beta. A vial of ink. Combine the ink with a blank scroll and magical ingredients to craft various scrolls. Okay, man kann damit irgendwas craften. Hier gibt es Patches. Und Powerups. Okay, sonst hier. Wir speeden hier jetzt einfach mal nur durch. Equipment. Nichts besonderes. Upgrade Specialist. Gefällt mir. Ich finde das Design ganz cool irgendwie. Ich muss sagen, der erste Eindruck ist echt ein bisschen überfordern, wenn ich ehrlich bin. Also so visuell so ein bisschen überfordern irgendwie. Aber das kann sich legen. Okay, also ich muss sagen, dieses Rework Flaris sieht heftig aus. Und hier hinten sehen wir auch schon eines dieser ersten Animationen. Oder SFX hier. Von diesen Dingern sehen wir hier in diesem Server wirklich super viele. Und was die alles animiert haben. Lasst euch überraschen. Ich würde es komplett umhauen. Also hier muss ich sagen, wirklich richtig hübsch gemacht. Alter, ich meine, was ist das bitte eigentlich überhaupt? Tja, ich würde es ganz gerne. Hallo, ich will irgendwie raus. Please. Ich will es sogar nur schon zeigen. Okay, man kann es schlecht zeigen. Wo bin ich hier eigentlich gerade genau? Ah, Flaris, okay. Sieht alles komplett anders aus. Ja, FPS sind jetzt nicht so übertrieben hoch, muss man sagen. Man hat teilweise schon so ein bisschen Lacks oder so. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, wo hier gerade der Collector-Bereich ist. Ist auch da hinten. Gibt es immer noch super viel zu entdecken irgendwie. Ne, warte, wir müssen jetzt hier. Ich frage es nur, wo ist der Collector-Bereich? Hier hinten durch, oder wie? Ah ja, okay. Alter. Leck mich am Arsch. Warum stehen da eigentlich Kühe? Oh, ja gut, okay, ich denke, der Collector-Bereich ist nicht direkt so das Ding. Da steht ein Cheap-Otato-Boss, übrigens einer der geilsten Bosse, wie ich finde. Auch hier wird die vom Visuellen her wieder richtig cool gemacht. Hier wächst einfach irgendwas und die Kühe fressen es. Interessant übrigens, es gibt hier eigentlich eine eigene Story, die sich durch das ganze Game zieht und die auch zusammenhängend ist und ich weiß nicht, ob die da versucht haben, die FLY-Story mitzuerzählen, nachzuerzählen, aber ich würde es ziemlich cool finden. FLY-Story, boah, das ist auch hübsch, dieses große Bild und so. Resus, Darkon 1. also ihr werdet es gleich sehen, nämlich alle Maps überarbeitet und ihr werdet teleporten zusammen mit durch. Oh, nee. Warum macht man sowas? Es ist so ein Feature, was ich mir gedacht habe, wir machen halt einfach nur die Server, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die halt noch irgendwie so super alte, alte Sachen nutzen oder so, aber das ist halt schon mal absolut nicht, das haben wir, die haben es auch drin, warum ist das drin? Warum hat man sowas? Verstehe ich nicht. Alter, diese Maps, man. Yo, 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 seht ihr diesen Hintergrund da? Wir haben hier, wir haben hier drei, drei Layer. Sind das drei Layer? Das sind drei Layer, oder? Das sind drei Layer. Wir haben, ähm, das, was wir aktuell sehen, wo wir aktuell drin stehen, und da hinten noch, äh, ab einer bestimmten Sichtweite, was alles so ein bisschen ausgeblurrt wird und danach, oder noch weiter hinten, haben wir dann diesen, diesen Hintergrund, diesen Background da. Das ist krass. Okay, das sieht krass aus, aber halt, dieses gebrushed, das ist, das, das, hm, ich weiß nicht. Es ist hübsch, aber ist das irgendwie, es ist, dieser, dieser, was ist das? Dieser Verschärfungseffekt, und das übertriebene Verschärfungseffekt in Verbindung mit diesem Brush, würde ich jetzt mal vermuten, dass es ist. Also, gerade so hier, auf dieser Straße, wenn man halt da so steht, und dann nach hinten schaut, es ist halt so, das ist ein Brei irgendwie, versteht ihr? Ey, ich will es nicht flammen, wie gesagt, das ist halt ein super hohes Niveau, auf dem ich hier kann flammen. Masquerade Spirit, Crafting Ingredient, Alter, die Monster sind ja voll groß. Captains sind größer, als die anderen. Alter, visuell gefällt mir, dieses Server wirklich so gut hier. Also, bis auf, bis auf dieses Detail hier. Aber der Rest, Alter Schwede. Auf Nummer 1, beziehungsweise F1, haben die ja auch das Ding hier drin, okay. Warum, warum gibt es ja auch die EXP? Warum die einfache EXP? Und vor allem in der Beta. Habe ich irgendeine Rechte? Oh, nee, oder, oder doch, oder nicht? Nee, habe ich nicht. Okay, PSM, kann ich irgendwas? Nee, kann ich nicht, okay. Na gut, ähm, also, ich finde es persönlich angenehm. Ich verstehe übrigens nicht, warum, dass die EXP da unten sind, nicht da oben. So, ich die Bubble Time EXP. Aus irgendeinem Grund. Auch wieder so ein paar KI-Mops, irgendwie durch die Gegend laufen, oder, oder so, so Tiere halt irgendwie. Schon geil. Gefällt mir. Gefällt mir nicht. No EXP gibt es hier drin. Okay, das Fenster ist irgendwie super useless. Genau, Stat-Punkte, die halt wirklich einfach mal farbig sind. Ich meine, finde ich halt auch wirklich auch richtig cool, irgendwie so, dieses Farbschema irgendwie, das hat was. Dass ich jetzt nicht direkt sehe, was das für Auswirkungen macht, das finde ich jetzt nicht so geil. Aber gut, PvP, Titles. Was gibt es hier im Partyfinder, oder so? V ist Teleporter, L, O, I, U. U ist Private Shop, lol. Z, Model Viewer. Die Frage ist, R ist Crafting, Collector. Oha, okay. Crafting EXP Level 1. Ich musste irgendwas craften, ich brauchte für Earthstone. Power Collector. Oha, Alter. Ja, das ist krass. Ne, ich bin, ich bin gerade wirklich geflasht. Nur die EXP, die vergibt mich gerade so ein bisschen irgendwie. Warum haben die auch 4 EXP hier? Powerups. Ah ja, okay. Schön, man farmt hier quasi dieser, diese Spirits, und daraus kann man eben Powerups machen. Und wir achten auch, dass hier alles ein bisschen größer irgendwie ist. die Zahlen, die Monsternamen, die Texte. Ich muss sagen, ähm, also, auch wenn ich jetzt nicht direkt Probleme damit habe, wenn es nicht so ist, aber ich muss sagen, ähm, es, es macht schon was hier, und ich finde, es macht das, es, es erhöht einfach, die, die, nicht die Spielbarkeit, die, wie soll man sagen, es ist einfach angenehmer. Ich meine, es ist, es ist ja ganz natürlich, je kleiner das, das eine Schriftart oder irgendwas ist, ähm, desto anstrengender ist es halt einfach auch wirklich, dass man irgendwie dann, sich drauf konzentriert, dass man, dass man es halt einfach so ein bisschen, dass man sich drauf fokussiert und so. Und ich meine einfach, alles, was ein bisschen größer ist, und, ähm, nicht nur von der Monstergröße her, sondern auch von der Textgröße und so, finde ich halt, ist schon, macht einfach was her. Also, macht es an, geht immer zu spielen, finde ich. A precious mineral found in the cave, in the depths of Flaris. Ich würde schon sagen, Matrigal. Yo, Alter. Ah, da hinten sieht es nicht so geil aus, dieser letzte Leiter. Oder der zweite Leiter? Zweite Leiter ist das, glaube ich. Ja, es sieht nicht überall so geil aus, aber ansonsten. Ja, aber, ich meine, kann man, kann man sich jetzt hier einfach mal kurz so ein paar Minuten nehmen, ähm, und es einfach mich so bewundern. Ich meine, wie cool ist das bitte? Alter. Aber ich muss dazu sagen, FPS, mhm, ja, also ich habe jetzt einen Leiter, und eine Aufnahme, also eine Aufnahme, äh, und, ja, doch, äh, kurz mit Taskman zu starten. Ui, ja, die geile Grafik, oder die geilen Maps, haben einen Preis. Ich habe eine GPU-Auslastung von 56%. 56%. Jetzt nur mal zum Vergleich, normalerweise, also, ich habe eine GTX 89, das ist jetzt nicht mehr ganz State of the Art, aber eine 89 ist trotzdem noch immer eine ziemlich gute Grafikkarte, womit du wirklich, äh, eigentlich jedes Spiel auf, ich meine, ich spiele momentan, ich habe jetzt nicht so den Überblick über die aktuellsten Spiele, aber, ich glaube, es gibt kaum ein Game, was ich nicht auf Maximum spielen kann, und ansonsten stellt ihr die ein, zwei Sachen drunter, und dann passt das wieder. Ähm, ich meine, normalerweise bin ich vielleicht so 15% GPU-Auslastung, das heißt, meine GPU braucht ja ungefähr, das 3, mehr als das Dreifache, das Dreieinhalbfache braucht ihr ungefähr. Das heißt, wenn man hier mit zwei Fenstern spielt, dann, äh, werden die FPS schon droppen, also in meinem Fall zumindest, äh, weil das halt einfach viel zu krass ist alles. Ich meine, was, was kann ich hier machen? Ja gut, ich will jetzt aber nichts rumzudrehen, irgendwie. Also ich meine, jetzt ist ja in Ordnung, aber, Auto-PK-Mode, ja nee, aber ich kann jetzt irgendwie auch nicht so wirklich, äh, nicht so wirklich eine Lösung finden dafür, also, ja, Leute mit schlechten PCs, oder allein schon zwei Fenster, da, da ist schon aus. Also hier irgendwie, allein Dungeons farmen oder so, mit 3, 4 Charakteren, glaube ich, kann man kaum nicht vergessen. Aber es schaut trotzdem geil aus. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich meine, es ist schon cool, aber, jetzt craften wir hier mal was. Oder auch nicht. Warum kann ich das nicht? Crafting Level 1. Wie geht das? Okay, also intuitiv ist jetzt was anderes, aber, muss ich vielleicht irgendwo reinziehen? Nee, muss ich nicht irgendwie. Okay, keine Ahnung, wie das funktioniert. Es ist einfach immer noch Level 1, äh, Level 9. Ah, okay, naja. Karten kriegen wir, wir kriegen D-Karten. Okay, also ich muss sagen, ich bin, ich bin einerseits richtig hart geflasht, und andererseits bin ich irgendwie so ein bisschen verwirrt. Ich meine, so manche Sachen, die ich eigentlich ganz gerne hätte, die funktionieren jetzt. Also ich meine, Drops wurden scheinbar nicht mal editiert. C-Karten, D-Karten, Gelddrops, Pina, also hier, ich meine, ich verstehe, es ist halt eine Beta und so. Aber irgendwie, also das, was man sich normalerweise erwarten würde, ist irgendwie nicht so direkt. Oha, warte mal, was ist das hier auf J? Holy shit. Seasonal Track. Die haben auch Seasons. Einmal Scroll of Blessing. Ach, Season Pass. Jetzt verstehe ich das Ganze. Okay, ja, das, das kennt man. Das kennt man gut. Ich schau, ich kann doch hier was beenden hier. Ich meine, ich habe natürlich jetzt gerade noch ein bisschen mehr Lauf, von der Grund, deswegen ist das nicht das Problem. Aber ich meine, GPU-Auslastung ist halt immer prozentual, von dem her ist es halt so egal. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, auch die RAM-Auslastung mit 1,5 GB. Hui. das ist ungefähr auch dreimal super als normal. Ja, der Preis für das Ganze ist halt schon, ist nicht ganz unerheblich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt schon die, die Skills hier. 15 Prozent Attack, 25, yes, TA, okay. Break, nee, was war ich gerade? Let's go. Okay. 1, 2, 3. Ach, Smith-X war das andere. Ups. Schauen wir, was das hier bringt. 15 STR, okay, ich denke, das ist wahrscheinlich ein Ehe für uns. 5 Prozent Crit-Damage, nice. Gut, also ich meine hier auch mit diesen, mit diesen Ranks und so, können richtig geil werden. Gefällt mir, gefällt mir echt. Und auch, ich meine hier, vom Visuellen her, das ist schon ein Civil-Flife-Niveau, also, schon geil, schon echt geil. Also sowas habe ich jetzt in der Art, sonst, wie würde man sagen, auch noch keinen zurücksehen. Schon alles ziemlich cool gemacht hier. Die Skills hier, das Skill-Fence, das ist exakt wie auf, ähm, Eclips. Ich glaube, da gab es auch mal eine Geschichte dazu, ähm, und es hat, glaube ich, irgendwie der, boah, was, wie war denn das? Es hat, glaube ich, mal irgendwer, ähm, programmiert, und dann wurde das irgendwie, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, irgendwie im, äh, es ist Soundloading-Mobil-Landert oder so, ich weiß es nicht mehr genau, ich kann mich auch, ich kann mich auch, ich kann mich auch, ich bin mir nicht sicher. Okay, hier ist ein, ein Dungeon. Ich denke, das ist ein Mästern. Yo, okay, der sah auch schon mal beschissen aus. Holy Moly. Alter. Wie krass das ausschaut. Ja, wisst ihr was? Ich meine, die Mäpper, die anfangen, irgendwelche Sachen im Boden zu versenken, äh, also ich meine, es ist vielleicht nicht so komplett, ähm, bei Default gemeint, aber, ähm, die Mäpper, die, ähm, irgendwelche Boden versenken, äh, sind mal, sind oft schon, äh, äh, ja, äh, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wir fallen gerade nicht die richtigen Worte dazu ein, aber, ähm, es ist, es ist krass einfach. Also, ich muss sagen, hier für so einen Dungeon gefällt mir die das gebrushed und so. Da schaut es richtig geil aus. Draußen, mhm, noch nicht so direkt. Halt, ich will ganz gerne mehr XP haben, aber, ich glaube, es gibt hier nicht mal einen Partyfinder, oder? T für Model Fior, äh, Z für Model Fior, R, E, Q, Q, G, was gibt es da als Permissions? Mhm. J, K, L, Ö, R, Y, Ah, Y ist Partyfan, okay. Tea Party. Reiner. Das ist Music. Was für eine Music? 121 sind manche schon. Jetzt wollte ich es nicht haben. Foulste Reporter. Okay, gut. Ich glaube, ich komme langsam zum Lender. Okay, jetzt haben wir definitiv einen Link, auch wenn die Skills nicht angezeigt werden. Starts for Nomly instead of the Original. Okay, wahrscheinlich gibt es irgendwie wieder, äh, irgendeine Customer Seek, wo es wahrscheinlich wieder ein Gamer-Vargin drauf gibt, oder so. Schon mal gut, dass ich die aus habe. I even looked it up for the name. Okay. 1998 der Match. Not bad. Okay. Die Frage ist, ich meine, die arbeiten echt seit einigen Jahren dran, an diesem Projekt. Ähm, das sind die Leute von damals MonsterFlife, AceFlife, äh, was war es noch? DemonFlife, äh, und ich glaube noch ein paar anderen Servern, ähm, die da dran arbeiten, und, äh, ich muss sagen, es sieht wirklich geil aus. es gefällt mir persönlich auch richtig gut. Aber, ich meine, ich will jetzt echt nicht hier irgendwie auf, alter, auf übermäßig höherem Niveau, äh, jammern. Ich meine, das Einzige, was die halt so gemacht haben, sind, glaube ich, Maps, oder? Kann das sein? Ich kann falsch liegen. Schauen Sie uns mal alles an, will ich sagen.